Also als erstes machen wir mal folgendes, wir hören auf zu rauchen. Danach essen wir keine Süßigkeiten mehr, also natürlich am besten alles gleichzeitig. Dann fangen wir an Sport zu machen, dann gehen wir früher ins Bett, dann machen wir eine Weiterentwicklungsmaßnahme. Ja und ansonsten entwickeln wir auch noch ein komplett neues Persönlichkeitsprofil. Boah, das ist richtig viel, ne? Das ist verdammt viel. Das sind unglaublich viele Baustellen, die unsere Aufmerksamkeit benötigen und zwar zu 100%. Denn alle die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, sind Dinge, die macht man nicht einfach mal so. Und ja, da ist die wichtigste Info, die man geben kann, ist folgende. Überlasse dich nicht. Mach nicht zu viel auf einmal, mach nicht zu viel Baustellen auf einmal auf, fang eins nach dem anderen an. Also wenn du das Thema Gesundheit im Fokus hast, würde ich als allererstes mal mir Gedanken darüber machen, über das Thema Essen, Ernährung. Was sollte ich futtern, auf was sollte ich essen, erachten? Dann kommt als zweites dazu. Wie soll ich mich bewegen? Wie häufig sollte ich mich bewegen? Auf was sollte ich achten? Welchen Sport sollte ich machen? Was soll ich berücksichtigen? Möchte ich eher Fett verbrennen, eher Muskeln aufbauen? Dann kommt noch eine dritte Sache dazu. Das ist der Schlaf. Und somit haben wir drei Sachen, die spielen sehr stark in diesem Bereich, um die Gesundheit zu optimieren. Dazu vielleicht auch noch dann das Thema Achtsamkeit mit einbauen. Dann haben wir insgesamt vier Baustellen, die zielen alle aufs Gleiche ab. Die kann man entweder gleichzeitig anfangen, Step by Step, ohne sich zu überfordern, die ganzen Forderungen rauszunehmen. Das heißt, nicht zu viel verlangen, dass man zu schnell umsetzt, dass man zu schnell diese 100% Vorgabe erfüllt, dass man sich das einteilt. Drei, vier, fünf, sechs Wochen, bis man das Ganze umsetzen kann. Die Forderung rausnehmen in der Form von Gewichtsreduktion, dass wir nicht innerhalb von vier Wochen acht bis zehn Kilo abnehmen wollen, was ja auch nicht geht. Zusätzlich auch die Forderung rauszunehmen, pass auf, das muss alles funktionieren. Das muss alles in der ersten Woche wunderbar klappen, ansonsten drehe ich einen Vogel. Das rauslassen, definitiv das rauslassen, diesen Druck rausnehmen. Vier, sechs Wochen mindestens Zeit lassen, um sich dran zu gewöhnen. Dann hat man eine schöne Baustelle in Form von Gesundheitsinvestment. Dazu jetzt noch reinzunehmen, ich mache noch eine Weiterbildungsmaßnahme. Ich verändere noch komplett mein Persönlichkeitsprofil, ist einfach super viel und in der Regel viel zu viel. Aus dem einfachen Grund, schaut mal, wenn jemand oder wenn du jetzt 20, 25, 30 Kilo Übergewicht hast, dann ist es ja nicht so, dass das Übergewicht innerhalb von ein paar Monaten gekommen ist, sondern man hat ja einige Zeit damit verbracht, einzuzahlen. In Form von zu wenig Bewegung, in Form von schlechter Ernährung, falscher Ernährung, Alkohol, was alles mit reinspielt. Das ging ja schon zum Teil Jahre. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, somit haben wir eine Verhaltensweise erlernt, die ist bei uns als Automatisierung abgespeichert. Das heißt, in unseren alten Daten und unser Geist greift immer auf diese alten Daten zurück. Und jetzt kommen wir auf die Ideen und sagen, pass mal auf, mein Freund. Das mag zwar so gewesen sein in der Vergangenheit, aber sofort ist Schluss damit. Und zwar zu 100%. Genau das ist das, was nicht funktioniert. Denn immer dann, wenn wir zeitlich in Bedrängnis kommen, wenn wir einen emotionalen Einschnitt haben, dann greifen wir sozusagen im Autopilot auf die alten Informationen zurück. Und die alten Informationen, die sind dann eben ein gewisses Essverhalten, gewisse Verhaltensweisen, sich keine Zeit zu nehmen, den Sport zu vergessen, die gesunde Ernährung zu vergessen. Und genau deswegen ist natürlich so ein altes Netzwerk, so alte Denkstrukturen, die sind unglaublich mächtig. Und da können wir nicht verlangen, dass diese alten Verhaltensmustern, diese alten Glaubenssätze, diese alten Grundgedanken, dass die einfach so verschwinden. Diese Forderung, die wir da haben, die können wir dann komplett streichen. Das wird nicht funktionieren. Genau deswegen ist es auch so, dass wir Step by Step vorgehen sollten. Und eine Prioritätsliste machen sollten und sagen, was ist uns jetzt momentan am wichtigsten. So, jetzt habe ich eine Herausforderung und sage, okay, ich habe ein gesundheitliches Problem, ich wiege 20, 25 Kilo zu viel, bin ständig müde, ich bin ständig ausgepowert, ich fühle mich nicht wohl, ich bringe keine Leistung mehr, mein Leistungsparameter ist ziemlich unten. Dann ist die Ernährung Nummer eins, die Bewegung Nummer zwei, der Schlaf Nummer drei. Also diese drei Faktoren hauptsächlich im Fokus halten und dann kommt noch die Achtsamkeit dazu. Meditationseinheiten, Achtsamkeitstraining. So, und wenn dann noch eine Weiterbildung dazu kommt, dann soll ich die erstmal hinten anschieben. In der Regel sind ja Weiterbildungen auch ein Stück weit flexibel. Ich sage, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Gesundheit. Denn mit einem ungesunden Körper, einem ungesunden Geist, der nicht gut schläft, der schlecht schläft, der völlig unruhig ist, lässt sich schlecht lernen. Deswegen wäre hier der allererste Fokus, in den Bereich die Gesundheit zu investieren. Das dauert in der Regel, bis alles mal einigermaßen rund läuft, drei bis sechs Monate. Und dann kann ich sagen, weißt du was, jetzt geht es weiter mit einer Weiterbildung. Denn die Persönlichkeitsentwicklung, die steckt ja schon drin. Wer sich anders ernährt, wer sich gesünder ernährt, verändert sein Persönlichkeitsprofil. Wer regelmäßig Sport betreibt, verändert sein Persönlichkeitsprofil. Wer gezielter schlafen geht, damit er morgens ausgeruht ist, fitter ist, der verändert sein Persönlichkeitsprofil. Denn je nach Persönlichkeitsprofil treffen wir Entscheidungen. Und die Entscheidung, mich ungesund zu ernähren, ist ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil, wie mich gesund zu ernähren. Das gleiche gilt für den Sport. Das gleiche gilt für den guten Schlaf. Und genau das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Warum ist das so? Weil ich ständig Menschen kennenlerne, die dann zu schnell zu viel auf einmal wollen. Selbst die Herausforderungen schon, Bewegung, Ernährung, Schlaf, das sind schon ordentliche Herausforderungen. Wenn da noch viele andere Sachen dazukommen, Weiterbildung, zu Hause in der Familie was umstrukturieren, dann ist das einfach ein Stück zu viel. Und auch noch eine wichtige Information ist, dass wir darauf achten, was ein Persönlichkeitsprofil haben wir eigentlich? Was können wir tatsächlich leisten? Wir sollten uns natürlich niemals an anderen orientieren. Es gibt Menschen, die können halt einfach viel mehr schneller umsetzen. Die sind begabt, die haben ein tolles Zeitmanagement, die haben eine tolle Unterstützung von außen, von der Frau, von der Familie, vom Business, von den Freunden. Und dann haben wir da Persönlichkeitsprofile. Die haben das nicht. Die werden nicht unterstützt von der Familie, beziehungsweise es tut sich sehr schwer. Die haben auch im Freundeskreis nicht diese krasse Unterstützung. Also jeder bringt ein Paket mit, auf das man achten sollte. Auch du solltest darauf achten, was kannst du leisten, was ist dir möglich. Wenn du jetzt zum Beispiel 80 Arbeitsstunden in der Woche hast, es gibt Menschen, die arbeiten tatsächlich so viel, dann solltest du dir nicht vornehmen, ich möchte jetzt ab sofort 5 Mal in der Woche 1,5 Stunden Sport machen. Dann reichen erstmal 3 Mal 45 Minuten aus. Wenn du die ganze Zeit erst nachts um 2 Uhr ins Bett gegangen bist, dann macht es relativ wenig Sinn zu sagen, ab sofort gehe ich um 22 Uhr ins Bett. Wird nicht funktionieren. Hier, Stück weiß, Scheibchen weiß, Marathontechnik. Okay, erstmal die Ernährung umstellen. Dann, Thema Schlafen. Fangen wir einfach mal an. Die ganze Zeit war Durchschnitt 1.30 Uhr, 2 Uhr. Wir gehen eine halbe Stunde früher ins Bett. 14 Tage lang. Nach den 14 Tagen nochmal eine Viertelstunde. Und dann sind wir tatsächlich irgendwann mal vor Mitternacht im Bett. Scheibchenweise. Das gleiche gilt auch für den Sport. Erstmal anfangen mit 3 Mal 30 Minuten in der Woche, dann 3 Mal 45 Minuten in der Woche. Und irgendwann läuft es so locker von der Hand, dass man sagen kann, okay, jetzt geht es halt 3 Mal 60 Minuten oder 4 Mal 45 Minuten. Das wäre mein Tipp an euch. Denn durch diese Forderung, die wir haben, dass wir relativ schnell viel umsetzen und das in der Regel so nicht funktioniert wird, wenn zu viel Nebenkriegsschauplätze vorhanden sind, wo wir unsere maximale Aufmerksamkeit dafür brauchen, dann ist es oftmals zum Scheitern beurteilt. Das heißt, wir nehmen uns was Gutes vor, was Gesundes vor, aber durch diese Überforderung, durch die Forderung, die wir haben, die nicht erfüllbar sind, durch zu viel auf einmal, wird auf einmal aus einem gesunden Vorhaben gar kein Vorhaben mehr. Zwei, drei, vier Wochen, zack, die Flinte ins Korn. Kein Bock mehr. Ist euch ehrlich zu viel. Ich schaffe das sowieso nicht. Das wäre dann die schlechteste Option. Somit, klar, meine Empfehlung geht strukturiert vor. Und wenn ihr sagt, was auch, Andreas, mir fällt es einfach super schwer, das Ganze einzuschätzen, hättest du noch Zeitkontingent, mir zu helfen? Ja, das habe ich. Ich habe noch das nötige Zeitkontingent. Jetzt müssen wir beide rausfinden, ob wir zwei zusammenfassen. Deswegen gehst du jetzt einmal in die Shownotes. Bei Bemerkungen findest du meine Seite www.andreas-trienbacher.com. Und da gehst du rein und trägst deinen ersten unverbindlichen Beratungstermin ein. Und da haben wir zwei. Ein kürzeres Vergnügen, entweder direkt bei mir hier vor Ort oder auch online, wenn du von weiter weg kommst. Unser erstes Beratungsgespräch. Und dann stellt sich es raus, welchen Bedarf hast du, welches Paket können wir für dich stören, sodass du ins Umsetzen kommen kannst. Und zwar so ins Umsetzen, dass du auch langfristig Erfolg hast. Genau das ist unsere Aufgabe. Ja, jetzt liegt es an dir. Jetzt hast du den Ball auf deinem Spielfeld. Jetzt solltest du reagieren. Und dann tragst du jetzt deinen Termin ein und dann sehen wir uns in Kürze. Wäre mein Vorschlag. Also, bis dahin, ihr Lieben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für die Zeit, was ihr euch genommen habt. Und bitte, wenn ihr Fragen habt, unten in jedem Kanal findet ihr Bemerkungen. Da könnt ihr Nachrichten schreiben. Schreibt mir eure Nachrichten. Ich helfe euch sehr gerne. Denn es gibt keine doofen Fragen. Es gibt nur Fragen, die wurden dir nicht beantwortet. Bis dann. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Boah.